Linda, den Weg, sicher den Weg. Oh, so eine Pflanze. Rinn, 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 tschu. Das Wasser hier gefällt mir. Das war Absicht, das war genau so geplant. Jeder, der etwas anderes sagt, das ist eine Lügner. Wieso wollte der eben nicht vorwärtslaufen? Ist das nicht ein bisschen gefährlich, dass man hier dazu lässt? Hier sieht es aus, als wäre irgendwo was zum abholen. Guck mal hier. Und holen? Vielleicht auch nicht. Kann ich da? Ich müsste da eigentlich landen können. Und soweit ich weiß, kriege ich keinen Fallschaden. Okay, hat nicht funktioniert. Okay, hat nicht funktioniert. Ich mach hier mal. Ach, Kollege, kommt auch langsam nach. Telefonierst du gerade oder mit wem sprichst du? Nee, telefonierst nicht. Du siehst leicht bedrunken aus, wenn du da so langläufst. Ja, nur so leicht. Ich hatte aber auch was gebächt, bevor er näher gelaufen ist. Deswegen ist er so langsam. Flasche Jacky oder sowas. Schön langsam laufen. Nicht, dass wir hier runterfallen. Wir haben doppeländer Fallschaden. Und Fallsterben. Wie viel Gel hat der Junge in den Haaren? Das leuchtet richtig. Das ist jetzt doof. Ich nehme mal nicht an, dass ich da springen kann. Kann ich da rüberspringen? Kann ich hier irgendwo was? Kann ich da rüber? Da war doch irgendwas. Schaffe ich das? Mit Schwung schaffe ich das. Alles kaputt hier. Schlimm. Schlimm. Hi. Feuer, Feuer, Feuer. Ja. Ich kann leider noch nichts in Brand stecken. Aber ich habe vergessen, wie das geht. Anscheinend. Oh, da brennt aber was. Da hinten brennt was. Hast du das gesehen? Oder ist das einfach nur Fensterlicht an? Es können auch einfach nur Fenster sein, was Licht durchscheint. Ich bin mir nicht so sicher. Oh, Digga, was muss ich denn hier alles springen? Ich wusste gerne, dass ein Jump'n'Run sein soll. Oh! 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 Da leuchtet! Da leuchtet! Da leuchtet! Da leuchtet! Da leuchtet! Die andere Seite. Konzentrieren. Oh! Es knistert! Brennt es und brennt es? Guck mal, es brennt! Kann doch was anzünden! Die haben es kaputt gemacht! Yay! Oh! Oh! Nein! Nein! Nicht ohne ihnen was springen! Oh, Junge! Hier wieder einsammeln? Ja, noch so ein Teufelchen! Schon play die Gabour! SCHÖR! Nein, nein! Ohne, dass ich sterbe. Was sag ich mit dem Polizisten? Kommst du auch noch nach? Oder hast du jetzt komplett aufgegeben und besäufst dich irgendwo? Ich glaube, der kommt nicht mehr nach. Der hat keine Lust mehr. Hat sich's anders überlegt. Vielleicht doch Gabriel hinterher. Hier ist nicht wieder am Anfang? Nee, hier ist kein Bus. Okay. Das ist doch ein Haus. Party! Die Grillen. Nee, das sind keine Blümchen. Ich hab's. Okay. Okay, da muss ich bestimmt mal rein. Würdest du auch weiter rennen? Danke, kleiner Junge. Alles eingezäunt. Und nicht nutzbar erst mal. Kann ich hier nicht einfach drüber springen? Ach, guck mal. Das sieht aus wie ein Tor. Kann ich einfach durchlaufen? Öffnen. Wir nehmen das große Tor. Wir gehen einfach mal durch. Ja, das ist Jack. Wusste ich gar nicht. Aber wir sind von hinten gekommen. Ist ein bisschen schwierig. Ja, das ist ganz familiär kracht. Aber gekratzt. Ne, ist okay. Ist nicht so schlimm. Ja. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass einer der Detektoren noch irgendwas sagen wird. Die sind alle abgefackelt. Das ist wichtig. Okay, ich weiß nicht, dass... Okay, ich weiß nicht. Wir wollten nicht ein Learnings aus. Aber ich weiß nicht, dass ein Film war. Weil wir das ja nur mit mit dem Klaren bes qué sind. Okay, das wäre mein Neu. Ich weiß nicht, was ist das so schlimmste. Aber ich weiß kein Gehirn. Das ist auch eine Beziehung. Ja. Mö, das ist das eine Gehirn. Er degradiert. Zum Sohn des Teufels, zum Fotografen. Wie kann ich Fotos machen? War nicht. Ne, nun sieht er die jetzt. War nicht. Ah. Ah. Ah, okay. Ja, ich hab zwei Kameras. Ich muss nicht beide anmachen, sonst hab ich beide angemacht. Kannst du aussuchen. Weil hier, wir tun, ähm, Schweckbauch hier fotografieren. Ne, ich hab nur meine Couch weggeschafft und hab mein Zimmer umgestellt. Ich weiß nicht, ob das so gut für dich ist. Drücke I um das Inventar zu öffnen. Okay. Ich will aber den Fotoapparat. Kann ich jetzt ihn nicht hier fotografieren? Oh ja, ich möchte ihn fotografieren hier. Ein Foto machen. Ich weiß ja auch nicht was. Ich weiß nicht, dass ich ihn hier sehe. Oh, ich will den Fotoapparat, oder? Was ist jetzt geht sie gut und ist nicht dran? Ja was jetzt geht sie gut und ist nicht dran und die anscheinend nicht in Ordnung. Ich befürchte nichts Gutes, indem die ganzen Leute eingeladen werden. Kann ich nicht einfach direkt wieder zu dem... Oh, ich kann hier... Ich kann hier schön auf die Haare gucken. Schön auf die gegelten Haare. Zwei Fotos habe ich. Ich muss wahrscheinlich alle fotografieren. Ja, ein Foto vom Rücken. Oder nicht. Weil er ganz schön erschrocken ist. Das ist eine ganze Zeit. Ich weiß doch nicht, was wir hören. Wie wär's nicht? Ja, das ist Zeit. He's got enough for a night, do the poor kid alone. Jetzt gibt es doch kein Meter für die Sachen, was er sagt. Spock nimmt dann auch kein Meter. Mal ein Foto. Dann denkt direkt, red du nur, alter Mann. Ich mach Fotos. Aber ich glaub, uns ist nicht mehr zu helfen, so als Sohn des Teufels. Ich glaub, da haben wir schlicht die Karten. Kann ich hier eins was nehmen? Kann ich euch fotografieren? Ja, wir sind mit ihnen. Oh. Das ist doch ein bisschen doof, dass ich hier umschalten muss. Wir machen von ihm ein Foto. Was hat er uns zu sagen? Oh, Gabriel! Was ist denn nicht? Was ist denn nicht? Oh nein, Schokolade! Gabriel gefällt! Okay. Gabriel wird unser Hauptgegner sein. Ich würd's jetzt einfach mal so annehmen. Einfach nur, dass er Gabriel ist. Von mir halt der Sohn des Teufels. Was? Euch? Habe ich schon? Hier, den Dude beim Grillen. Dahinten sind auch noch Leute, hab ich hier so gesehen. Die nicht? Oder hab ich die? 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 Obwohl, vielleicht gibt die hinten noch irgendwas. Kann ich hier durch spannen oder so? Ist hier noch irgendwas zum Sammeln? Dann sehen sie nicht so aus. Ich muss hier durch. Ganz wichtige Geschäfte. Eigentlich ich fotografieren ja hier. Mach das. Du machst das richtig gut. Schöne Grillen. Die haben auch gegrillt am Wochenende. Das ist richtig nice. Das war unser letztes Wochenende. Ja. Dein Fleisch ist verbrannt. Ich würd da mal gucken. Das sieht sehr dunkel aus. Ui, der ist aber eigentlich nicht der Typ. Ich wette, das ist deine. Ich weiß nicht, was sein geheimes Projekt ist, aber ich bin etwas wo unruhig. Hier, dein Fleisch ist schon sehr dunkel. Ich würd das Fleisch mal vom Grillen nehmen. Das ist nicht mehr gut. Was kochst du da noch? Das ist leer. Okay. Ich hab noch ein Süppchen gekocht. Kann ich jetzt? Danke. Hier ist auch nix zum aufheben. Geh mal weiter nach hinten. Da hab ich auch noch ein Köpfchen gesehen. Na guck mal die Kiddies. Hallo Kiddies. Ähm. Du siehst sehr unproportional aus, kleine Mädchen. Du siehst sehr unproportional aus, kleine Mädchen. Ach, da ist ein Vogel. Ich dachte, das wär ein Tuch. Oh. Ich hab mal Weißfoto gemacht. Wer bist du? Es ist der Kind aus der Maschine. Der rote Mute. Seine Eltern sind tot. Oh, die Eltern sind tot. Und er hat sie töten. Er hat sie tot. Er hat sie tot. Sie sterben in einem Feuer, Dave. Ich hörte, dass sein Vater seine Mutter mit einem Knochen töten. Die haben alle irgendwo recht. Ich hab ein Beweisfoto gemacht. Was ist mit einem Fohl? Ach, der hat kaputte Flügel. Das ist eigentlich mit einem Fohl. Wurde ich sagen. Konzentrieren? Uh, guck mal. Der zerfetzt jetzt bestimmt oder so. Das war ein Ex-Vogel gewesen. Ich hab nix gemacht. Soll mal einer was beweisen. Das ist ein sehr großes Herz für so einen kleinen Vogel. Ich glaub, der hat's eh nicht mehr lange gemacht, weil das Herz so groß ist. Aufnehmen. Beweise vernichten. Ja. Ah, der ist auch ein Doktor. Das hab ich nicht verstanden. Ach, der ist auch ein Doktor. Hab ich nicht verstanden. Es kommt ein Kader. Aber im Moment. Der ist auch ein Doktor. Also, ich hab ein Problem. Wie viel die Vorher. Die Vorhersion. Das ist doch alles. Legitur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017